Ja, wir haben das Glück an unserer Schule, dass wir mehrere Dinge im Freizeitbereich anbieten können. Außerunterrichtliche Aktivitäten haben wir zum einen natürlich mit der Fußball AG. Die Fußball AG ist relativ etabliert hier, das bedeutet, die gibt es auch schon über Jahre und wir nehmen auch regelmäßig an unterschiedlichen Wettbewerben, an unterschiedlichen Meisterschaften hier zu haben. Toll ist, wenn sich Schüler aus der Oberstufe dafür auch bereit erklären, das dann zu übernehmen und mit den jüngeren Schülern hier durchzuführen. Passt alles super in unser Motto, in unser Schulmotto Miteinander füreinander. Wir hatten in der 7. Klasse im Sportunterricht mal das Thema Basketball und da habe ich halt großen Gefallen herangefunden und dann hat dann die Basketball AG aufgemacht und da sind dann ein paar Freunde und ich zusammen reingegangen und ja, macht auf jeden Fall viel Spaß. Also in der Turn AG gehen wir immer mittwochs und bauen da Geräte in der Turnhalle auf und dann turnen wir da ein bisschen. Ich bin in der Turn AG, weil ich halt schon seit meinem fünften Lebensjahr turne und ich gerne turne, weil mir das Spaß macht. Auch Anfänger können da halt hingehen oder wenn man halt schon ein bisschen mehr über das Turnen weiß, dann kann man da mitmachen. Ja, das Schöne bei der AG ist ja, dass jedermann teilnehmen kann. Wir haben Vereinsturnerinnen dabei, die halt schon ein bisschen besser turnen können, aber wir haben auch einige Mädchen dabei, die Turnen gerade kennenlernen, das im Schulsport kennengelernt haben und das Ganze jetzt ein bisschen ausbauen möchten. Und da ist für wirklich jeden etwas dabei, von ganz schwierig bis auch ganz, ganz, ganz einfach. Die Kletter AG bietet Spiele und Aktivitäten für die Schüler der Klasse 5 bis 12 an. Ein paar Mal im Jahr bietet dann kurz noch das Abzeilen von den Bio-Räumen aus dem dritten Stock an. Das ist dann besonders interessant für die jüngeren Schüler. Eine Besonderheit unserer Schule ist die Kletterwand. Die bietet viele Möglichkeiten für den Sportunterricht, aber auch für das AG-Angebot an unserer Schule. Die Kletter AG kümmert sich um Besucher, das heißt Kindergärten, Grundschulen oder am Tag der offenen Tür den Grundschülern, die vorhaben, auf unsere Schule zu kommen. Sicher kann man sich auf jeden Fall bei uns fühlen. Wir haben Sicherungsautomaten, die geprüft sind und auch den neuesten Standards entsprechen. Und unsere Seile werden regelmäßig erneuert. Und alle, die klettern und sichern, sind dementsprechend ausgebildet. Da ist unser Schulmotto eigentlich im Prinzip wunderbar getroffen. Miteinander füreinander. Und in dem Zusammenhang Kletter AG weiß jeder, geht nur im Team. Ich als Schülerin finde, dass wir uns sehr glücklich schätzen können, die Kletter AG und auch die Kletterwand zu haben. Und viele Lehrer, die sich gut um alles kümmern und mit vollem Eifer dabei sind, sodass sich uns ein vielfältiges Angebot bietet, was andere Schulen nicht haben. Absolut. 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 Das war's. Absolut. Absolut. Untertitelung des ZDF, 2020